Wir können es euch jetzt sagen, was wir machen. Wir haben es lange genug geheim gehalten. Wir sind da seit ungefähr einem Jahr dran und es war sehr sehr schwer, das alles überhaupt in die Wege zu leiten. Und wir können euch jetzt sagen, dass... Wie sagt man das? Ja, wie soll ich das anfangen, Digga? Ja, also erstmal, es gibt gleich ein Giveaway auf der Seite und ihr würdet alle 85.000, wenn wir dort heute die 100k knacken auf der Insta-Seite, das wäre komplett krank. Manche konnten sich schon denken und zwar, wir wollten was Gesundes. Was heißt gesund? Wir wollten was... Doch, wir wollten was Gesundes auf den Markt bringen. Es ist ein Lebensmittel, Freunde. Und zwar haben Sydney, Willi und ich uns dazu entschieden, ein eigenes Getränk auf den Markt zu bringen, was eine Alternative zu Wasser sein soll. Und zwar soll das ein Vitaminwasser sein. Mit Geschmack? Mit Geschmack unter 5 Kalorien. Wir versuchen das unter 5 Kalorien zu halten. Es soll zu 99, bla 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 Prozent aus Wasser bestehen. Dann sollen ein paar Extrakte dazukommen. Es soll für Sportler auch sein. Ihr sollt es auch so trinken. Ihr sollt das so machen, dass es halt für euch cool ist. Es ist einfach was Geiles, Freunde. Wir wollten kein Energydrink oder wir wollten kein... Wie heißt das? Kein Eistee. Kein Eistee. Es soll was Cooles sein. Ihr wisst das. Was Gesundes, was ihr den ganzen Tag dann trinken könnt, so viel ihr wollt. Genau. Und es ist sehr, sehr cool. Und die Insta-Seite wird euch jetzt hier gezeigt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort ein Follow da lässt. Wir werden auch direkt... Achso, ihr habt noch gar nicht den Namen gesagt. Hallo. Oha, Digga. Hallo, hallo. Der Name des Getränks wird VitaVate sein. So, wie mache ich jetzt hier den Post? Entwürfe? Entwürfe? Zack. Und sein. Aber, ja. Das wird sein, Freunde. Wir haben sehr viel vor. Und wir arbeiten übrigens mit absoluten Profis zusammen. Stimmt. Das ist die Firma, die auch zum Beispiel Brat hier managt. Genau. Also es ist schon sehr professionell. Es ist sehr, sehr professionell. Es war uns sehr wichtig. Das war auch der Grund, warum wir damals in Stuttgart waren. Wir haben schon extrem viele Proben. Wir waren im Labor. Wir haben das mit sozusagen gesehen, wie das gemacht wird. Es ist wirklich gesund. Das ist die Hauptsache. Es schmeckt gut. Wir gehen in den nächsten zwei, drei Monaten in den Verkauf. Da wird noch was auf euch zukommen. Das sind die Bilder. Wir hatten Sonntag das Shooting. Ich denke, Freunde, Willi, Sidney und ich sind einfach so ein Dreier-Trio. Und wir haben uns dazu entschieden. Was habe ich denn hier drin? Wir haben uns dazu entschieden, einfach diese gute Beziehung, die wir haben, auch weiter auszubauen, indem wir geschäftlich den nächsten Schritt gehen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gehypt. Wir haben auch schon, naja, das sage ich noch nicht, was in zwei Monaten. Nein, also wir haben schon. Es ist sehr cool, aber das können wir euch noch nicht sagen. Ihr könnt gerne dort ein Follow dalassen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Es ist besser als, ja, es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ihr könnt das trinken ohne schlechtes Gewissen. Ihr werdet da noch sehr viel in Zukunft davon hören. Es wird eines der größten Projekte, die es gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.